Hallo bei Arctis.de. Wir zeigen euch heute mal neue Linsenaufsätze für euer Smartphone und zwar das sind die Arctis Pro Premium Objektive. Gibt es einmal als Weitwinkel und einmal als Fischauge Objektiv. Ihr seht schon, das sind große Linsen, also überdimensional große Linsen und die kann man auf jedes handelsübliche Smartphone draufklippen. Man kann sie auseinanderschrauben, es sind nämlich zwei in eins Linsen. Hier das Weitwinkel und dann noch eine kleine Makrolinse, die man in Kombination nutzen kann oder auch einzeln und ja und ein Clip mit dem man das ganze dann an sein Smartphone anklippen kann. Der Clip ist auch noch so ein bisschen gummiert so dass man sein Smartphone damit nicht verkratzt und damit das ganze auch entsprechend noch schön gehalten wird. So wir schrauben das jetzt mal auf. Wenn man den Drehmechanismus erstmal einmal raus hat, geht es auch relativ einfach, aber man muss natürlich erstmal das Gewinde finden. So und das ist jetzt also die Makrolinse. Das Weitwinkel stecken wir mal eben kurz zur Seite und wir klippen jetzt also diese Makrolinse auf unser iPhone 6 in diesem Fall. Wenn man es dann richtig rum hält, geht das auch relativ einfach. Man muss also sehen, dass natürlich die Linse hinten direkt über der Kamera ist, sodass man also freie Sicht hat und dann kann es auch schon losgehen. Wir fotografieren mal hier ein paar Blümchen eben hier und da sieht man relativ schnell den Effekt. Man kann also richtig schön mit Unschärfe hier spielen und man kann halt ganz nah ran. Ihr seht hier ein Beispielfoto und ja da kann man schon also richtig coole Sachen mit machen. Das ist so ein lichtstarkes Objektiv. Man kann also richtig schön wie gesagt den Hintergrund ablösen und das ist schon sehr spannend. Jetzt schrauben wir mal das Weitwinkel noch eben auf und zeigen euch da auch noch mal ein paar Aufnahmen und ja danach einfach mal ein paar Probeschüsse und wie gesagt das ganze gibt es als Version Weitwinkel und Makro oder Fischauge und Makro. Das neue Arctis Pro Premium Objektiv. So schaut mal hier nochmal eine Weitwinkel Aufnahme. So hier seht ihr noch mal das Set. Das 2 in 1 Set Makro und Weitwinkel. Also super Weitwinkel mit 37 mm oder sowas ist das genau. Und der entsprechende Clip wo man das ganze befestigen kann. Und hier nochmal die Fischauge Optik auch wieder mit einer Makro Linse die ihr auch einzeln nutzen könnt. Und ja das ist also eine richtig coole Geschichte. Eine richtig professionelle Kamera Erweiterung für euer Smartphone. Wie gesagt für jedes gängige Smartphone. Und ja wir gehen noch mal ein bisschen auf Pirsch und schießen noch mal einfach ein paar Fotos für euch und ihr seht das ganze. Einfach zu installieren und schon kann es losgehen. Das ist noch mal so ein paar Probeaufnahmen. Da seht ihr noch mal einfach mal so ein paar Möglichkeiten. Fischauge. Unser Firmenhund Apple. Und nochmal mit unserer Makro Linse. Das ganze nochmal von ganz nahem. Ja ok Kollege war gerade am rauchen. Das Motiv bot sich jetzt an. Blumen und ja spannende Sachen kann man damit machen oder? Ja also jetzt neu bei uns im Sortiment. Vögel red.